Der Pagerradler ist eine nicht von der FCI anerkannte Hunderasse aus Tschechien. Sie wird mit nationalem Standard bei der Czeskomoravska Kynologica Uni, die Tschechien in der FCI vertritt, gezüchtet und von dieser der FCI Gruppe 9 zugeordnet. Der Standard wurde am 12. Oktober 1980 veröffentlicht und am 15. November 2008 überarbeitet. Seit Februar 2011 wird die Rasse auch im VDH gezüchtet. Am 8. Juli 2014 beschloss der Vorstand der SCC, dass Pagerradler in das französische Zuchtbuch aufgenommen werden können und nationale Ahnentafeln ausgestellt werden dürfen. Herkunft und geschichtliches Der Pagerradler ist eine Hunderasse vom Pinschertyp, deren Entstehungsgeschichte im Königreich Böhmen begann. Ursprünglich war er Repräsentationshund an Fürstenhöfen und der Prager Burg, später wurde er auch als Arbeitshund gehalten. Seine Aufgabe war die eines Rettlers, also Hof und Stall frei von Nagern zu halten. Über die Zeit geriet er aber in Vergessenheit. Mit den letzten Resten wurde ab 1980 erfolgreich begonnen, die Rasse neu aufzubauen. Es gibt Initiativen, die auf eine internationale Anerkennung durch die FCI hinarbeiten. In diesem Zusammenhang erfolgte am 2. Juli 2010 in Rasna die Gründung der International Association of Paschski-Krisarik. Gründungsmitglieder waren Zuchtvereinigungen für den Prager Radler aus Tschechien, Deutschland, Schweden, Italien, der Schweiz, Russland, Österreich, der Slowakei, China und Japan. Am 9. September 2010 übergaben Mitglieder der IAPK dem tschechischen Dachverband CMKU Unterlagen. Damit dieser die Anerkennung der Rasse bei der FCI betreiben kann, Beschreibung. Diese Rasse wird modern als Deu bezeichnet, damit sind sehr kleine, leichte Hunde gemeint. Das Fell ist kurzblank, anliegend und dicht oder halblang mit längerer Befederung auf Ohren, an Beinen und der Rute. Als Farbe wird eine schwarze oder braune Grundfarbung mit Abzeichen in L-Loha bevorzugt. Die lowfarbenen Abzeichen sind oberhalb der Augen, auf den Wangen, an der Brust und eventuell unten am Hals, am Rutenansatz. Je dunkler diese Zeichen sind, desto besser. Weiter beschreibt die CMKU. Andere Farbschläge unterscheiden sich je nach genetischer Anlage durch die Grundfarbe des Körpers, des Nasenschwamms, der Hautderivat, sowie durch die Sättigung der Augen und Abzeichenpigmente. Allgemein gilt eine sattere Pigmentierung im Rahmen der gegebenen Farbe als Vorzug. Weiße Flecken sind unerwünscht. Ausschließende Merkmale sind ein großes weißes Abzeichen auf der Brust und weiße Abzeichen auf den Gliedmaßen. Der Kopf ist birnenförmig mit sehr hohen und relativ breit angesetzten Ohren, die dreieckig, fest und natürlich aufgerichtet sind. Leicht umgeklappte Ohren werden toleriert, sind aber nicht erwünscht. Die Ohren werden nicht senkrecht, sondern in einem leichten Winkel zur Seite gesetzt getragen. Die Widerrisshöhe liegt zwischen 20 cm und 23 cm bei einem Optimalgewicht von 2,6 kg. Verwendung Sein ausgezeichnet entwickeltes Geruchsvermögen, seine geringe Größe und seine schnelle Bewegung machen die Verwendung bei der Jagd auf Ratten und Wanderratten möglich. Hauptsächlich ist der Pagarattler heutzutage aber Gesellschaftshundwesen. Den Hund zeichnet sein ausgeglichener Charakter aus. Er ist temperamentvoll, beweglich, aufmerksam und konzentriert sowie spielfreudig und sehr gutmütig. Er ist temperamentvoll, beweglich, aufmerksam und schweig. Untertitelung des ZDF, 2020